Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute möchte ich euch den neuen Battlefield Hardline DLC Getaway zeigen. Solange es nämlich noch geht, selbst am Releasetag gab es am Abend in Europa gerade mal eine Handvoll Server, was dann doch ziemlich wenig ist. Aber auf dem PC läuft Hardline ja eh nicht mehr so gut. Der Peak von der Spielerzahl liegt meistens eher bei 2.000 bis 2.500 Spielern, wogegen Battlefield 4 bei ganzen 35.000 Spielern liegt. Also ein bisschen höher. Was hier eigentlich den ein oder anderen noch interessiert, ich habe diesen DLC gespielt, weil ich es wollte, nicht weil ich irgendwie ein YouTuber bin und durfte mir dafür auch einiges anhören lassen, weil als ich den gerade angemacht habe, zehn Sekunden später, Facebook Nachrichten mit, bist du denn bescheuert? Komm auf den TS, lass Rainbow Six spielen. Ja, so sah es wirklich aus. Aber ja, ich habe mich wirklich auf den DLC gefreut und hatte auch ein bisschen Spaß bis jetzt. Denn der DLC an sich ist wieder ganz gut. Es gibt nun mal andere Gründe, warum so wenig Leute Battlefield Hardline spielen. Aber gut, gucken wir uns den DLC erstmal an. Wir haben vier neue Maps, davon drei etwas größere Karten für Fahrzeuge und eine, die ohne Fahrzeuge gespielt wird. Die Karte Ablenkung ist ohne Fahrzeuge, spielt tief unter der Erde in einer Flutbekämpfungszentrale in Houston. Man hat damit verschiedene Höhen Ebenen, kann oben ein bisschen rumkämpfen, weiter unten rumkämpfen. Dabei gibt es viele Tore, die man öffnen kann und auch explosive Rohre. Tore und Rohre. Reimt sich. Geil. Sie bietet viele Laufwege und ist für Infanterie eine echt geile Karte. Also an sich wäre es auch eine Karte, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie sich länger halten könnte. Ist eben abhängig davon, wie viele Leute das DLC am Ende besitzen. Weil für ein Hardline, was ja nun mal schon etwas infanterielastiger ist, passt die Karte schon sehr gut rein. Und aus irgendeinem Grund hat sie mich die ganze Zeit so ein bisschen irgendwie an Unreal Tournament erinnert. Ich weiß nicht wieso, aber sie hat es irgendwie gemacht. Dann haben wir die Karte Vorsicht Zug. Mann, die Übersetzungen werden ja immer besser. Und die habe ich auch schon mal gezeigt, und zwar beim ersten Battlefield Hardline Get Array Video. Die spielt in einer hügeligen, waldreichen Ebene von Colorado. Sie ist so ein bisschen in einem Wild West Stil mit einer Bergsiedlung aufgebaut. In der Mitte fährt immer ein Zug hin und her, der wirklich alles weghaut, was in seinen Weg kommt. Also wenn du da irgendwie versuchst, fünf Autos nebeneinander zu stellen, selbst die werden einfach kaputt gemacht. Aber der Zug gilt auch als Mitfahrgelegenheit. Sprich, man kann da einfach rauf springen, wie es zum Beispiel in Battlefield 4 nicht gehen würde. Ist vielleicht für einen Spielmodus wie Capture the Bag, wo man gerade die Tasche klaut, sehr sinnvoll. Da die Strecken auf dieser Karte auch nicht so kurz sind, ist der Zug da sehr gut mit eingebaut. Ab hier fangen auch wieder Fahrzeuge an, eine wichtige Rolle zu spielen. Wie auch bei den anderen beiden Karten, und davon wäre die erste Pacific Highway, die spielt an den Küstenstraßen von Zentral Kalifornien. Bei ihr gibt es speziell ein Restaurant und ein verlassenes Kraftwerk. Sieht an sich grafisch sehr schön aus. Hat viele Deckungen, seien es Gebäude, aber auch viele Felsen, ein paar Höhen, eine kleine Brücke, alles mit dabei. An sich eine ganz nette Karte. War für mich nicht groß auffällig, hat sich aber gut gespielt. Und die Karte Doppelspiel spielt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. An sich schon mal ein sehr interessantes Szenario. Ist in einem Wüstensetting aufgebaut mit diesen typischen gelblich-braunen Gebäuden. Es gibt so kleine Tunnel unter der Erde und viele vereinzelte Hügel. Gebäude gibt es wirklich nur an den Flaggenpunkten. Sprich, wenn man sich nicht an einem Flaggenpunkt befindet, hat man eben längere Wege, eben die Hügel, Straßen. Aber so Gebäude, die gibt es da eher woanders. Wie bei den anderen Karten auch, gilt hier, zu Fuß muss man schon etwas laufen. Und für Hardline würde ich sagen, ist diese Karte, als auch der ganze DLC, als etwas größer anzusehen. Dieser DLC legt schon Fokus darauf, dass man diese neuen Sportwagen benutzt oder halt auch mal längere Strecken läuft. Passt nun mal auch dazu, dass der DLC Fokus auf den Mechaniker legt. Und dazu passen halt eben auch größere Karten. Die Fahrzeuge habe ich gerade eben angeschnitten. Bei diesen handelt es sich um Limousinen und Sportwagen. Richtig gepanzerte Fahrzeuge mit einem neuen Waffensystem gibt es nicht. Und auch der angesprochene Capture the Bag Spielmodus kommt neu dazu. Vom Namen her erkennt man sofort, der hat natürlich Ähnlichkeiten zu Capture the Flag. Man muss die Tasche des Gegners klauen und dabei die eigene währenddessen beschützen. Wie sonst auch im Battlefield ist ja nicht das erste Mal so ein Spielmodus dabei ist. Ist er ganz nett, klar. Kann sich aber höchstwahrscheinlich am Ende nicht auf lange Zeit durchsetzen. Da der DLC speziell auf dem Mechaniker ausgelegt ist, bekommt der auch ein paar neue Waffen. Dazu gibt es eine Nahkampf-Axt für alle Spieler. Es sind zwei Händler, macht einen One-Hit-Kill und kann natürlich Türen und alles andere auch aufschlagen und auch Fahrzeuge beschädigen. Und es gibt einen Störer, der gegnerische Geräte wie Minen so gesehen kaputt macht. Aber auch wie beim letzten DLC gibt es wieder mehrere Waffen für Nicht-DLC-Besitzer gratis dazu. Darunter auch ein Scharfschützengewehr für alle Klassen. Wie man auf sowas kommt, weiß ich nicht, weil dafür gibt es auch das Klassensystem, um so ein bisschen auch die Waffen aufzuteilen und nicht nur Gadgets. So schlimm ist es am Ende nicht, weil die Sniper einfach nicht so stark ist. Trotzdem ist es halt einfach eine komische Idee und hätten sie echt nicht machen sollen. Es gibt natürlich noch viele weitere Waffen, noch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das werde ich euch in der Beschreibung verlinken, als ich die Waffen schon mal in das CTE angespielt habe. Insgesamt ist es wieder ein ganz passabler DLC, den auf jeden Fall Premium-Besitzer anspielen sollten. Solange es eben noch geht. Solange es wirklich noch Server gibt. Und wenn das Problem mit der niedrigen Spielerzahl nicht bestehen würde, würde ich diesen DLC auch weiterempfehlen. Auf den Konsolen sieht es mit der Spielerzahl sicherlich anders aus und da gibt es auch den ein oder anderen Server mehr. Da ich aber keine Konsole besitze, kann ich das leider auch nicht genau dort einschätzen. Auf PC kann ich es aber sehen, und ich sehe halt jetzt schon, der wird nicht lange gespielt, auch wenn der ganz gut ist. Also entweder droppen die bei EA bald mal ganz schnell den Preis von Premium, sonst sieht das irgendwann schon schlecht aus mit den DLCs. Aber wer Premium hat, im Blick ist es schon wert. So viel muss man dafür ordentlich runterladen. Kann man ja gerne mal anspielen. Und sonst ja auch. Ich habe es da gespielt und sage auch, es macht ja Spaß. Bei Hardline liegt ja eher so das Problem. Bei mir zum Beispiel, es kann mich nicht halten. Ich spiele einen Abendland Battlefield Hardline und sage, wow, es hat Spaß, macht war gut. Und am nächsten Abend sitze ich dann doch wieder da und spiele was anderes, obwohl ich ja Spaß mit den DLC hatte. Naja, aber da zieht sich halt leider schon seit längerer Zeit durch mit Battlefield Hardline. Am Ende, ja, ich spiele es DLC an, habe Spaß daran, das kann ich auf jeden Fall sagen und mache auch wie jetzt liebend gerne das Video. Und das war's. Hoffentlich hat es euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.